Ich habe sie noch nie, glaube ich, in einem Kleid gesehen. Sie sieht gut aus in einem Kleid. Eine richtig gute Figur. Die hat so einen kleinen Apfel aus. Die hat so ein Sixpack. Und man hat sieben voll gute Beine. Ich habe die auf dem Bikini schon gesehen. Auf Ibiza.